Ja, gar nicht. Aber ich wollte mit euch da erstmal weg. Wenn es jetzt die Geiselnamen und Arzneiabträge angeht. Ich wollte damit er und euch erstmal weg. Ihr erklärt trotzdem nicht, warum dein Armee mitgebracht ist. Weil wir gerade zusammen unterwegs waren. Okay. Deswegen. Okay. Und das zweite Mal. In dem Moment ist einfach mein Adrenalinpegel sonst wo. Weil es um dich geht. Und es tut mir leid, dass ich dich danach in Anführungszeichen angefahren habe. Ich weiß, dass du das nicht gewohnt bist. Das muss ich mir noch ein bisschen verinnerlichen. Daran habe ich in dem Moment... Was? Ich bin nicht ans Telefon gegangen. Alles gut. Bist nicht nur noch angerufen, Dom. Nein. Ach, verdammt. Warte. Du musst kurz... Warte. Ich nutze dich als Bremse. Großartig. Wer hat denn angerufen? Scarlet. Eines Match-Ups. Wird es auch anbiegen können? Nein. Wir nehmen meine Prioritäten vielleicht ein bisschen anders noch. Aber ich meine, das Match-Ups ist doch theoretisch auch wichtig. Nicht wichtiger als so. Ich weiß. Das ist so. Die anderen haben halt so reagiert, weil sie sich natürlich auch sorgenlich gemacht haben. Gott, man darf da gar nicht hingucken, dass dieser Kopf einfach komplett in seinem Hintern steckt. Ago, Nami, Kipi. Ich weiß. Insbesondere im Kipi. Aber trotzdem, Dom, ich meine... Ich habe mittlerweile schon mir Gedanken gemacht, dass ich dich vielleicht nicht mehr anrufe, wenn mir irgendwas passiert ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile mit Kipi eine Geheimsprache ausgemacht. Mhm. Dass ich vielleicht das schwarze Herz nicht mehr nutzen muss. Was nicht heißt, dass ich... Ich hoffe, du weißt, dass es wehtut. Ja. Bei mir hat es auch wehgetan. Team Joddy. Hallo Gott, Leck. Jetzt geht das los mit Joddy Laser. Ich habe mich dafür schon entschuldigt. Das tut mir leid. Ja, ich weiß. Ich wollte halt nur sagen, wie es für mich einfach ist. Ich meine, das ist halt eine der Sachen, mit der ich nicht mit dir reden konnte, weil wir so wenig Zeit in letzter Zeit hatten. Das stört mich bei der Arbeit, wenn ich schwarzes Herzstück ist. Das ist absolut richtig. Ich liebe dich. Richtig auch. Ach. Wenn du so legst, kann ich dir den Rücken kraulen. Ach. Wie gesagt, ich habe es überlegt. Natürlich sage ich dir Bescheid. Ganz ehrlich. Wenn ich wirklich mal jemanden brauche, der mich irgendwo... Mein Gott. Wirklich. Nee, ich möchte jetzt nicht. Mach jetzt den Flugmodus rein. Wirklich. Ja, ja. Hup, hup, hup. Klar. Er ist im Essen. Ah. Hab zur Nacht. Wenn ich tatsächlich mal jemanden brauche, der mich irgendwo rausholt, ähm, brauche ich dir das eher zu als KP. Deswegen. Ich wollte dir nur sagen, dass das Gedanken sind, die mich umgetrieben haben, weil, wie gesagt, das... Weiß nicht. Mhm. Irgendwie so eine Umarmung oder so. Wäre schon ganz schön gewesen von meinem Mann. Ich versuche, das tut mich zu besser und tut mir leid. Wie gesagt, wir kommen heute leider aus unterschiedlichen Welten. Ja, ich weiß. Merkt man immer wieder. Tut mir leid. Wir dürfen nur nicht aufhören zu verstehen, dass wir aus unterschiedlichen Welten kommen. Und das dann vielleicht der eine Mal nicht so reagiert, wie man das gerne hätte. Beziehungsweise erwarten würde. Verstehst du? Mhm. Aber ich glaube auch, dass das was ist, was uns stark macht. Ja. Weil wir quasi von Anfang an sehr viel Verständnis für den anderen aufbringen mussten. Ja, mussten wir. Ich habe mal so eine klitzelkleine Frage. Frag. 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 Hast du mir irgendwas nicht erzählt? Frag. Oh, das ist jetzt gemein. Mit welchem Bezug? Die Sache mit Drago. Frag. 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 jetzt müssen wir sagen wir haben keine geheimnisse verdammt und wir haben schon zu lange geschwiegen für ein nein schweige schon so lange oder absolut richtig jetzt fragst du dich sicherlich woher ich das weiß ich weiß nicht was du weißt nein ich weiß nicht was du weißt ich weiß was ich weiß und ich weiß werde ich heute oder morgen anrufen wird wieso sollte mich jemand anrufen weil der auftrag erledigt das ich habe damit mit dem auftrag nichts zu tun ich werde nicht angerufen nein dann frage ich mich warum der name da gerade gefallen ist du glaubst doch wohl nicht ernsthaft dass ich eine mord trauen ja wir reden gleich weiter ganz erst mal noch ein bisschen rücken grauen ja mach ich super wollte mitten drin leider war gerade würde ich unangenehm entsteht da so eine unangenehme pause jetzt wissen wir gleich nicht mehr wo wir waren man oh gott da kommen wir wieder raus ich glaube wir kriegen gleich den ring wieder so das gute ist wenn nur diese fehler prozesse sind kann man eigentlich direkt wieder wie connecten meistens noch nicht pickelpause kann jeder was zu trinken holen popcorn weiter geht's jetzt bin ich wirklich gespannt was das für ein treffen gerade war der hat nämlich keine ausverkauft das dachte ich mir schon um die uhrzeit jetzt schon mit dem internetraum dieser absolut frechheit wirklich absolut frech jetzt ist der selber gerade weg okay absolute frechheit deswegen tatsächlich pinke pause ungefähr so drei minuten wahrscheinlich so lange dauert das immer meistens bis er wieder kommt das während ich wieder eine geisel bin ich wusste dass er der geisel da ist großartig ja jay harriet verfolgt ich nur weil sie eigentlich auf die aufpassen möchte ja auto reiz rennst ja immer vor ihr weg was soll sie machen ja bis gleich wieder höher da wünsche dich unter und dann office kup這個 bitte se Untertitelung des ZDF, 2020 Alles gut, da gehen wir gleich drauf ein. Wir wissen ja, warum Harriet da war. Und Harriet ist nicht diejenige. Harriet ist jetzt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das können wir tatsächlich ja, besprechen und so. Aber eigentlich haben wir das Versprechen schon gehalten. Wir machen nichts. Wir kümmern uns nur, also Harriet kümmert sich nur um ihn Takalaka. Könnt ihr aufhören, alle Takalaka zu sagen? Weil wirklich, ich nenne diesen Mann irgendwann so, wenn er vor mir steht. Weil ich das nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Können wir aufhören? Ja? Ich hab das KP auch schon gesagt. Wir müssen aufhören, ihn Takalaka zu nennen, wenn er nicht da ist. Wirklich. Das heißt Tanaka. Ja, wir wollen ja auch nicht, dass jemand zu uns Harry jetzt sagt. Finden wir ja auch kacke. Müssen wir Tanaka? Takalaka? Takalaka? Nee. Sigi! Takalaka. Es geht aber auch so gut von der Zunge, ne? Ich sag euch. Nächstes Mal geht der ARP auf jeden Fall Takalaka mit Nachnameisen. Großartig. Der heißt Kiki Lala. Ja, genau. Großartig. Das ist wie Benedikt Cumberbatch. Großartig. Sehr gute alte Takalaka. Henry hätte... Ja, noch viel schlimmer. Henry hätte goldene Kette. Ich werd's nie vergessen, ne? Hätte Lonnie dafür köpfen können. Ich war so stolz auf mich, als ich irgendwie nach zwei Wochen oder so im Norden es geschafft habe, dass Lonnie mich Harriet nennt. Wirklich. Ich hätt mich küssen können dafür. Ähm. Oh nein. Oh nein. Was küsst du? Ich muss... Ah! Oh! Ich dachte schon. Ganz viele Sachen, die da wieder passiert sind. Passwort ist nicht richtig. Hallo? Ah. So, ist er schon, ne? Ne. Okay, weiter. Schnell, bevor es geladen hat. Schnell! Guck mal, jetzt sind wir. Schick, oder? Großartig. Ah! Ist doch schon da. Äh. Ich hab... Warte. Was? Was? Äh. Also du hast dich aber schnell umgezogen. Ich hab aber... Boah, puh! Also... Das hab ich ja gar nicht mitgekriegt. Vor allem hab ich wieder Schuhe an. Wo hab ich dir? Mensch! Ich hab keine Ahnung. Das ist ja ein Ding. Was ist passiert? Nee! Ach nee. Ha! Guck! Zack! Direkt wieder umgezogen für dich. Gar kein Problem. Ich muss sagen, das andere stand ja vor auch. Das ist gar kein Problem. Ich bin magier. Das wusstest du nur noch nicht. Matschik. Jetzt Matschik. Da. Ich glaub, ich hab mich wieder sortiert. Ah doch. Ja? Nein! Oh Gott! Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen übermotiviert. Aber nur vielleicht. Ah, gar kein Problem. Guck. Mhm. Mhm. Da doch einfach hinter mich drüber laufen, also. Äh, sitzt du schon? Kannst du dich nochmal entsetzen? Bamm. Moment. So. Ähm. Guck. Hm. Ich glaub, ich hab ihn doch noch... Ah! Auch noch nicht so ganz sortiert, würde ich gerade sagen. Ja, nee, ist alles... Dauert alles ein bisschen. Dauert alles ein bisschen. Im Kopf auch ein bisschen langsamer. Ja, ja, alles sehr träge. Ich liege eigentlich auch schon. Ja, ich liege ja weiter kraulen. Finde ich super. Ja, genau. Ah, guck mal. Ach, verdammt. Ich war zu ungeduldig. Ja, war's so. Kurz lag ich. Komm gleich wieder. Magst du meinen Schoß entförtlich? Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt wirklich doof. Jetzt muss ich das leider nochmal machen. Warte kurz zwei Minuten. Ich lege mich gleich wieder hin. Okay. Warte. Ah, guck. Da bin ich wieder. Jetzt kann ich dich weiter kraulen. Mhm. Okay. Mhm. Erzähl mir einfach, was du gerade für ein Treppen hattest und ich erzähl dir, was davon wahr ist, ne? Ja, okay. Mhm. Also, ich nehme Morddrunk gegenüber meiner Mitarbeiter ziemlich ernst, ja? Mhm. Ja. Und ich erwähne das jetzt trotzdem. Ja. Was hier besprochen wird, bleibt hier. Okay. Ich hab's verstanden. Wobei, wir sind nicht im Bett, doch. Was? Wir sind nicht im Bett, doch. Deswegen hab ich das gerade extra nochmal erwähnt. Ja, ist okay. Ist okay. Und... Hallo, Marc. Vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Wenn das jetzt jemand anders weiß, Liebling, hat das Konsequenzen. Kann ich dir den Raid nochmal zurücknehmen. Ja, okay. Ich hab's durchaus verstanden, doch. Sehr gut. Weil während meiner Entführung sind ja so ein paar Namen gefallen. Ja. Und als die Morddrunk eingehen, hab ich mich an jemanden gewendet. Mhm. Gefragt, ob wir das Problem erledigen können. Unter anderem zu dem, wenn mir den dessen Name auch gefallen ist. Von mir gerade, oder? Im Auto. Bei der Entführung. Im Auto bei der Entführung. Und... Hast dich quasi an die gewendet und hast gefragt, ob die Geld wollen, dafür, dass sie Schlag und Ruhe lassen? Nein. Und den Namen, die sie genannt haben. Welche Namen wurden jetzt genannt, hä? Ich muss zugeben, ich versteh's noch nicht ganz. Weißt du das noch, oder muss ich dir auf die Sprünge helfen? Weiß tatsächlich nicht, worauf du gerade hinaus möchtest in diesem Moment. Die Namen sind Dimitri und Asimov gewesen. Ach so. Und... Weißt du was, du warst gerade bei Dimitri, ja? Wohl eher Dimitri bei mir. Ach, hattest du auch so einen schönen Dimitri-Anruf, ja? Ja. Auf gar keinen Fall Nein sagen kannst. Schön. Och. Jetzt wäre ich ziemlich umgänglich. Und das Problem ist jetzt aus der Wettgeschäft. Und als ich bezahlt habe, ja? Hat er aus Versehen gesagt, ich muss Harriet noch anrufen. Denn damit ist der Auftrag auch erledigt. Da bin ich spezifisch geworden. Das ist tatsächlich sehr spannend, weil erstens hat Dimitri das nur über seine Mitarbeiter erfahren. Hm, hm, hm. Und zweitens ist es so nicht ganz korrekt. Wieso ist es denn dann korrekt? Korrekt ist, dass er auf einen Kepi sich sehr viele Sorgen um einen Drago macht, wenn er auch durchaus als Freund ansieht. Ich habe Kepi von Anfang an gesagt, Kepi, ich habe ein Versprechen gegeben, dass ich in der Sache nichts unternehmen. Ich bin trotzdem mit zum Pearls gefahren, mit Kepi zusammen, weil ich in dem Zuge meinte, Kepi, ich habe aber eine Idee, was einen anderen Auftrag angeht. Wir haben ja noch so einen Auftrag von Tanaka. Hm. Hm. Und das ist quasi das, weshalb ich mitgefahren bin. Ja. Und mir das alles mit angehört habe. Ja. Wie quasi Kepi versucht hat, das Problem auch aus der Welt zu schaffen. Für Geld. Ich habe keinen Cent bezahlt, habe zugehört, habe nur, weil ich danach explizit angesprochen wurde, gefragt wurde, gesagt, die treffen sich meistens 19 Uhr da auf diesem Parkplatz. Das ist alles, was ich dazu beigetragen habe, diese Info. Kein Geld bezahlt. Hm. Und mein Name wurde eigentlich auch nie mitgenannt von den anderen. Und ich bin auch nicht die Nähe, die einen Anruf bekommt. Das hat alles Kepi. Nein. Das hat alles Kepi ausgehandelt. Dimitri war, wie gesagt, gar nicht dabei. Das hatten wir alles mit Jamann gemacht. Kepi hat bezahlt. Kepi hat den Auftrag gegeben. Kepi ist Danny, der meinte, er möchte danach angerufen werden. Kepi hat die Nummer an Jamann gegeben. Jamann hat nicht mal meine Nummer. Also, außer vielleicht mit Dimitri. Mhm. Ähm, mal so kurze Zwischenfrage. Was für Versprechen habe ich dir gestern abgerungen oder vorgestern? Dass ich nichts unternehme. Hier. Das stimmt nicht. Ja, beide. Das stimmt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es um mich geht. Nein. Doch, weil du nicht davon ausgegangen bist, dass ich Kepi überhaupt erzähle. Deswegen. Und beziehungsweise Drago hat dich doch wahrscheinlich vorhin gefragt, ob du dich da eingemischt hast. Richtig? Er hat gefragt, also er hat gesagt, er möchte bitte dass wir nichts unternehmen. Ja. Was hast du darauf geantwortet? Ich habe gesagt, wir unternehmen aktuell nichts. Das ist eine Lüge. Das war eine eiskalte Lüge. Wir machen ja auch nichts. Ach, und jemanden beauftragt zählt jetzt nicht dazu. Ich. Ich habe niemanden beauftragt, und der neue Käbchen. Ich bin glücklich. OUT. Warum? Ich hätte euch noch klar sein müssen, dass nachdem das kam, ich alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, damit das Problem gelöst wird. Ich, wie gesagt, habe die Chance gesehen, einen anderen Auftrag zu machen. Was war denn der andere Auftrag? So, jeder bei Betriebsgeheimnissen, Dom. Oh, ich habe dich gerade in Betriebsgeheimnisse eingeweiht, wenn das rauskommt, dann steht das Zitter, bin ich tot. Ein sehr, sehr unangenehmer Auftrag, vor dem ich mich eigentlich drücken wollte. Hm, hm. Im Endeffekt, sagen wir so, was im Endeffekt dabei rauskommen soll, ist, dass wir rausfinden, wen das Pearls so alles in der Anruferliste hat, wenn es um solche Sachen geht. Dann, eine Warnung an dich und Kepi. Es fällt auf. Hat Dimitri gesagt, ja. Dimitri meinte, du schnüffelst zu viel. Und das fällt auf. Dabei bin ich gar nicht so häufig im Pearls, sondern Kepi. Das ist ein bisschen das Gefühl, dass Dimitri mich ein bisschen auf den Kicker hat. Nö, Dimitri hat einfach einen anderen Degel fressen. Ja, großartig. Wirklich großartig. Jetzt sollte ich mich mal auf einen Kaffee mit ihm treffen, hm? Ach so. Was willst du sagen? Du, hey, äh. Gab das so einen Auftrag gegen euch? Ja, vielleicht. Oder was? Vielleicht einfach die Wahrheit jetzt. Willst du gleich sterben, oder? Ich glaube, da stimmt erst jemand anderes, wenn ich wirklich alles verrate. Ich würde best behaupten, dass erster Tanaka stirbt. Das Problem ist, dass wir den Auftrag... Ich wollte ihn eigentlich ablehnen. Weil ich wusste, dass der... Also, dass wirklich die größte Scheiße ist, die wir jemals angenommen haben. Das Problem ist, dass kurz vorher Kepi verraten hat, dass wir einen Auftrag gegen Tanaka haben. Da konnte ich schlecht jetzt Tanaka sagen. Nee. Lieber nicht. Ihr kriegt immer alles. Ich bin ganz ehrlich, als Kepi besoffen auf Tanaka zugegangen ist, habe ich dich gefragt, ob du noch einen Job frei hast. Das habe ich nicht ohne Grund gemacht. Waren wir relativ sicher, dass Tanaka unser Gewerbe da wieder cancelt. Ich bin ganz ehrlich. Quasi die Chance, dass das nicht passiert, war... Wir finden raus, wer Tanaka überfallen hat. Habt ihr das denn rausgefunden? Natürlich noch nicht. Wir haben ja keine Namen bekommen. Bin ich da so engagiert? Wir haben uns Gedanken gemacht. Überlegt, wer es sein könnte. Ich glaube, wir sind einfach an der falschen Stelle. Achja? Jep. Warum sollte das Pearls Leute engagieren, die Leute überfallen? Das ist doch doof. Sie würden sich selbst einen schlechten Ruf aufbauen. Warst du schon mal im Black Pearls? Nein. Okay. Der Weg von der Eingangstür bis zum Bankautomaten sind ungefähr fünf Schritte. Innerhalb dieser fünf Schritte wurde er überfallen. Ja. Das heißt... Schlecht. Die mussten wissen, wann da jemand mit genügend Geld rauskommt. Ja. Ja, diese Info kriegen sie von Black Pearls. Vielleicht? Definitiv. Nein. Warum? Weil kein anderer mehr da war. Außer den Mitarbeiter. Ja. Aber davor waren sicherlich ein paar Leute da, oder? Tatsächlich, außer wir und Mitarbeiter von Pearls, Tanaka? Nee. An dem Abend war keiner im Black Pearls außer wir. Wir hatten quasi exklusiv Auftritt der Pearls Mitarbeiter im Black Pearls. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir eingeladen wurden, weil der Laden sonst leer gewesen wäre. Übrigens auch schön, dass Dimitri direkt auf mich kommt und sagt, steig in die schwarze Limo ein, um Fragen zu stellen. Kein Problem. Ich glaube, du steigst doch mal wieder ein. Also... Also jetzt Dimitri ausgenommen, ja? Liebling, könntest du mir einen Gefallen tun? Die anderen waren nett. Kannst du bitte nicht einfach mehr in ein fremder Auto steigen? Das wäre super. Bitte, bitte. Aber... In Widgets hat einen auch immer jemand mitgenommen. Ich weiß. Du glaubst an das Gute im Menschen. Ja. Vergiss es in Los Santos. Aber... Dann werde ich irgendwann so verbittert wie du dann. Wow. Wow. Nee, jetzt höre ich nicht aufdruckrollen. Nee. 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 Das lasse ich mir nicht bieten. Gibst du dazu. Das... Verbittert. Ja. Wie so eine verbitterte alte Schachtel. Ach so. Ja. Wie so eine Oma, die den ganzen Tag am Fenster sitzt und nach draußen guckt und sich immer über die Nachbarn beschwert. Nee. Nee. Nee, ist nicht. Nee. 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 Nicht dein Ernst jetzt. Du hörst doch nicht den Ernst in meiner Stimme dabei. Verbittert. Nee. Dein Ernst jetzt. Was bist du denn dann? Ähm... Leichtsinnig. Naiv. Ist das das bessere Wort? Ja, das habe ich echt schon häufiger gehört in meinem Zusammenhang. Ja. Dann stell dir mal die Frage, warum. Nee, keine Ahnung. Nee? Nee. Bist du dir sicher? Ich bin vielleicht ein bisschen zu gut behütet aufgewachsen. Ja. Da kann ich aber nichts für. Ja, habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nie gesagt, dass du was dafür kannst. Ich glaube, woran du aber lernen, woran du arbeiten musst, ist daraus zu lernen, was dir hier passiert. Ja. Ich meine, wie long bist du jetzt in Autos eingestiegen? Äh, pff. Ich glaube, ich bin heute wieder in Autos eingestiegen, oder? Doch. Ich glaube, ja. Ja, doch, klar. Also Alex. Ja, klar. Um zu Trade-Einer zu fahren. Kanntest du den vorher? Nee. Ich habe die am Stadtpark getroffen und dann sind wir ins Auto eingestiegen und sind zu Trade-Einer. Die waren neu. Moment, Anruf. Na klar, kriegst du jetzt Anruf. Ja, Markus. Ach, weißt du was? Ich telefoniere auch einfach. Ah. Fängst, tu ich's. Na, raus jetzt mit der Sprache, Markus. Oder soll ich erst vorbeikommen und sollst du sie rausprügeln? Was hast du? Ich bin verbittert. Was hast du? Willst du mich gerade verarschen? Ah, ah. Warum? Wie weg? Wer ist weg? Wer ist weg? Wie weg? Willst du mich verarschen jetzt? Wer ist weg? Sag mal, Markus. Warum? Du bist gleich wirklich tot. Achso. Äh, doch. Äh, doch. Wer ist weg? Leodora? Wer ist weg? Sag mal. Jetzt wäre ich drei Meter groß. Ja, warte, ich mache das Kissen da noch weg. Wie kannst du meine Schwester verlieren? Oh Gott, was? Nami ist weg? Was? Was? Markus. Wie? Wenn du nicht sterben willst, würde ich dir jetzt aber raten, sie ganz schnell zu finden. Sag mal. Hm. Da? Hi, Nami. Wo steckst du? Äh, bin in der Stadt unterwegs. Nee, alles klar. Nami geht's gut. Sie ist in der Stadt unterwegs. Weil, äh, Markus gerade ganz aufgelöst bei Dom angerufen hat und gesagt hat, dass er dich verloren hat und Dom gerade ein bisschen durchdreht. Und vielleicht Markus gerade durchs Telefon erwürgt. Achso. Warte, ich gucke nochmal kurz. Ja, ja, doch. Ja, erwürgt er. Ja, ja, tut er. Gott, ich glaube, Markus läuft da an. Ich weiß es noch nicht genau. Äh, okay. Ja, dann gehe ich da mal zurück? Ja, geh mal lieber zurück, Nami. Okay, ich gehe mal zurück. Ciao. Tschüss. Nami geht jetzt zurück zu Markus. Diese Scheiß-Sofa. Wir schmeißen diese Scheiß-Sofa raus. Wir nehmen wieder auf den Weg zurück zu dir. Ich spüre bei Gott. Markus, nächstes Mal bin ich auf dem Weg und hab schon alles bereit. Das ist ganz schlecht, die Schwester von Dom zu verlieren. Wirklich. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich glaube, ihr werdet zugekommen, das ist was anderes. Aber lassen wir das, ne? Ja. Lebensretterin, äh, Harriet lässt Grüße da für Markus. Hm. Schöne Grüße von Harriet, deine Lebensretterin. Hm. Kannst du ja gleich mal anrufen und dir danken, hm? Hm. Bis dann. Ja, guck mal. Was war denn jetzt, Drago? Och, nee, wirklich. Komm, ich leg mich einfach gar nicht mehr hin. Sehr schön. Äh, Drago, könntest du Markus trotzdem eine von mir geben? Das wäre super. Sehr gut, danke. Kann man denn meine Schwester verlieren und mich dann noch anrufen? Ganz ehrlich, Dom, Nami läuft gerne mal einfach weg. Gibst du. Meint, ich gehe jetzt mal spazieren und dann ist sie auf einmal weg. Das kannst du nicht, äh, dementieren. Äh, doch. Kann nicht. Ja, doch. Ja, das passiert häufiger mal. Muss man sie aber meistens einfach nur mal kurz anrufen. Ich weiß nicht, warum man sie nicht angerufen hat. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Verbittert? Dein Ernst? Ja, gerade am Telefon warst du ein bisschen verbittert, ja. Achso, willst du mich gerade verarschen? Ein bisschen, ja. Wow. Jetzt kitzel ich dich, ist mir nicht egal. Was? Nein, 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 nein. Doch, doch. Doch, doch. Nein, 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 nein. Nein, das gemeint. Das gemeint, das gemeint. Nein. Nein. Oh Gott, Stühle. Fuck, nein. Scheiße. Ja, Trampel noch über mich drüber. Du vielleicht sagst... Nein, nein, stopp! Aber, ich gebe auch gerne. Du bist der netteste, liebste, sympathische Mann, den ich gerne möchte. Du bist der netteste, liebste, sympathische Mann. Oh, hey, hey. Oh Gott, der Dank. Ah, du bist der Beste und Liebste und Sympathiste und sowieso und Lustigste, Humorvollste, Wunderbarste, Wundervollste. Übertreib nicht. Hi, Markus. Hallig, meine Lebensretterin. Ja, klar, gerne, kein Problem. Lass Navi nicht mehr aus den Augen. Er hat die Hand schon durchs Telefon gestreckt, um dich zu erwirken. Ja, ja, ja. Ich sag's nur. Ich hätte die Schaufel mitgebracht. Ich sag's nur. Die hätte ich selber mitgebracht. Ich hätte ihm gleich dann ein paar der Ofen freigemacht. Partners in Crime und so. Gut. Mach's gut, Michael. Was, was, was? Vielleicht bis spät. Was? Nee, alles gut. Huch. Sehr gut. Du bist der Beste. Du auch. Nein. Nicht Kitzel. Dom. Nein, das ist so eine Schnur. Der spielt sich ja super rein. Ist wirklich... Ich weiß mal, warum ich dieses andere Ding nicht angezogen habe. Weißt du, mit der Schleife hinten. Ach, schade, warum nicht? Nee, 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 nee. Nicht heute. Warum nicht? Halt, stopp. Nicht heute. Na, heute hab ich das an. Mhm. 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 Also, da sind Dinge zusammengelaufen. Doch, jetzt will ich massiert werden. Alles irgendwie ungünstig und... Ich hab's verstanden. Das find ich super. Warte, ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich weiß nicht, sprunghaft, was sowas angeht. Ja, zum Glücklich bei anderen Sachen. Nee, das stimmt. Ja, ich hab mich relativ sesshaft. Ha, verstehst du? Okay. Okay. Ja, warte. Warte. Warte, ich muss ja noch mein Pullover ausziehen, ne? Naja, das hilft auf jeden Fall. Ich hab ein bisschen zählichere Finger als du. Ah, ist ja okay. Guck mal, Marc. Dann kommt dann demnächst auch hier Dr. Franker Stein und Marc Adamias. Ey. Es wird nicht um den Esstisch gelaufen. Sehr gut. Nee, jetzt sehr gut. Also, meine Brust ist nicht mein Nacken, ha? Ach so. Entschuldigung. Hab ich ganz vergessen. Weiß nicht. Ich bin kein Indyler. Keine Ahnung. Kenn mich da nicht aus. Nein, da warst noch mal einer, ha? Nee, nee. Alles vergessen. Nicht so einen schönen Mann vor mir sitzen habe. Warum riechst du eigentlich immer so gut? Shampoo. Und Parfüm. Steht dir auf jeden Fall. Danke. Warum genau fährst du jetzt gerade mal in Tattoos ab? Ist es nicht. Ich dachte, das gefällt dir. Habe ich jetzt auch nicht gesagt. Frag nur warum. Mittlerweile verbinde ich auch sehr viel mit den Tattoos. Ich nehme mich sehr gerne zurück. Naja, wie wir im Bett lagen. Ich durfte mir mein Tattoos aussehen. Mhm. Mhm. War super. Ich glaube, bei manchen hast du es ein bisschen bereut, aber naja. Ja, spätestens bei denen auf dem Rücken. Mhm. Aber eins kann ich sagen. Ich habe es auf gar keinen Fall bereut, zurückgekommen zu sein. Zum Glück hast du nicht mit den Wolken angefangen. Ja, das stimmt wohl. Das wäre schwierig geworden. Ein bisschen. Ach ja, ich habe zehn Leute umgebracht. Äh, Moment. Was? Halt, stopp. Halt, stopp. Ach, und meinen besten Freund habe ich auch verraten. Ach, passiert. Habe ich quasi auch erlebt. Nur anderen. Bin ich auf der Sao fahren? Nein. Hattest du schon erzählt, dass meine, ähm, äh, meine Lieferanten jetzt mittlerweile auch hier sind? Ja. Ah, okay, schade. Also. Wie hießen die? Adstex oder sowas? Keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Adstex oder sowas, ja. Also, ich meine, hä? Klar, gibt es Drogenkartelle in Texas, die mit Mexiko zusammenarbeiten. Der Weg ist kurz. Äh. Magst du das nochmal verlinken, Prisma, für den Marc? Der möchte das anscheinend aussehen, die Dr. Frankerstein. Hallo, Lemmy. Ja, der Weg ist kurz. Mhm. Deswegen habe ich auch extra, äh, mexikanisch gelernt. Hola. Das ist echt entspannend. Gut, dass du meine mexikanischen Grundkenntnisse nicht weiter auf die Sprünge gerufen hast. Nein, warum sollte ich? Weil Ola hört es auf. Weil du es so nicht mehr kannst. Ich mag nämlich gerade sagen. Weil Ola hört es auf. Es hat gereicht für die Gespräche, weißt du? Mehr muss ich ja nicht sagen. Ich habe ja immer andere für mich reden lassen. Ich war ja immerhin die fucking Drogenbaronin, ja? Ich rede nicht. Ich stehe da und gucke böse. Ha. Und ich kann mich hier schön anlehnen. Was natürlich das Nackenmassieren wieder schwieriger macht, wenn ich anlehnen soll, aber ist okay. Dann kannst du deine Finger überall anders haben, oder? Na, klasse. Ja. Oh Gott. Ich wollte es aber so meine Brust fahren. Gib es doch einfach zu. Jetzt wird es wirklich cringe. Naja, doch. Hast du in letzter Zeit wieder ein paar Klimmzüge gemacht? Hm. Mach immer frühes Sport, wenn ich aufstehe. Danke, Prisma. Da schläfst du auch meistens noch. Ja, das stimmt wohl. Kriegst du das quasi nicht mit, wenn man den Wecker um halb sechs geht hat? Nein. Auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Dann mache ich dann Sport. Sehr gut. Meistens gebe ich dir dann noch einen Abschiedskurs und dann bin ich weg. Hm, na, das ist das immer. Ja. Dann immer noch mal ein bisschen anfangen zu grinsen im Schlaf. Ja. Ja. Tatsächlich nur mal sie und dann ausnahmsweise mal irgendwie seit zehn Tagen ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ein paar zehn Tage ist so eine Schein-Ehe gerade. Warum genau hat sich Kip hier jetzt Urlaub genommen? Hm, keine Ahnung. Hat aber gestern gesagt, dass er heute wahrscheinlich nicht aus dem Haus kommt. Hab jetzt nicht mehr danach gefragt. Passt schon. Dadurch haben wir ja heute ein bisschen Zeit. Ja. Hm. Und ganz ehrlich, Liebling, so gerne, ich gebe hier doch ab, aber er war am Mittwoch einfach anstrengend. Ja, ich weiß. Er ist, ja. Ist er jetzt in seinen Wechseljahren oder pubertiert er gerade oder was ist da los? Ja, pubertieren, weil ich bin ja offensichtlich in den Wechseljahren, zumindest laut ihm. Wenn er das nochmal sagt, schicke ich ihn ab. Nein, tust du mich. Doch, tue ich. Nein. Nein, du willst ihn nicht abschicken, weil du willst definitiv nochmal. Nein. Komm. Ja. Soll ich dich jetzt kitzeln? Ja, leider bin ich nicht kitzelig, tut mir leid. Verdammt. Soll ich dich nicht? Soll ich dich nicht? Nee. Das ist ganz schön frech jetzt. Auch nicht an den Füßen? Aha. Nee, bin ich nicht. Na gut. Glaub ich dir erstmal. Soll ich mal deinen Füßen kitzeln? Nein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Warum denn? Nein. Weil ich dann so weit aufhörer dich zu massieren. Oh. Oh. Da musst du damit leben. Tja. Nee. Repressung funktioniert. Okay. Check. Ach so. Ist auch eigentlich da? Keine Ahnung. Hab heute noch nicht mit ihm gesprochen. Warum? Ja. Du brauchst einen Trainingspartner. Mhm. Aber wenn wir heute noch was machen wollen, können wir überlegen, ob wir mit den anderen was machen wollen. So denora, Marcus, Nami, Drago. Die hingen, glaube ich, gerade alles zusammen. Ja, ich weiß. Bis heute irgendwie was, oder? Aber ich sag mal so, du solltest Drago, glaube ich, erstmal aus dem Weg gehen. Was aber nicht. Das weiß er nicht. Dein Name. Dein Name ist gefallen, nicht der Philippi. Ja, weil Dimitri einfach wirklich einen Crush auf mich hat. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, sag meinen Namen gerne. Ist auch ein schöner Name, wirklich. Ja, kann ich verstehen. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Dimitri war nicht mal da, als er das gemacht hat. Es war mir klar, dass er das natürlich erfährt, weil, ne? War mir schon klar. So blauäugig bin ich dann auch nicht. Ich weiß. Oh, shit. Was ist oh shit? Oh shit ist schlecht. Ich hab vergessen, ein Foto von einem Haus zu machen für den Klienten. Scheiße. Jetzt kann ich den Vertrag nicht zu Ende machen. Nein! Ja, komm, das ist ein Sinn fang. Ja. Ich glaube, wenn du weißt, was hingeht. Ah! Na? Es geht zu den Ranchos. Ach nee, nicht zu den Ranchos. Da oben, Rakete Skios. Ja, und? Jetzt musst du mich leider nicht anziehen. Du kannst auch so gehen. Immoboy. Bin ich von den Ranchos auch wieder gefragt, warum so fesch aussieht, so Immoboy. So, damit kommen wir nicht aus dem Cringe hier raus. Großartig. Perfekt. Meine Schuhe wieder zoomen. Ruck. Das Outfit ist nicht gespeichert. ja wenn das ort wird nicht gespeichert wo sind die schuhe beziehungslich bequemere schuhen soll ich nicht gefallen doch schon aber ich meine kommt drauf an wo du noch so hin möchte ich kann mir ja bequemere schuhe mitnehmen das war schon mag das war schon tatsächlich mehr wirklich richtiger cringe als sonst das auto dass man meine frau geschenkt hat sonst ist das nämlich tatsächlich so ein bisschen quality cringe mit da sag mir jetzt echt gefehlt was genau seid mit dir kannst du ja auch anrufen fragen aber das was man mein kontakt verzeichnis aufräumen ist also würde ich mag so grün spaß jetzt auch nicht und vielleicht machen wir da noch was mit anderen ich habe übrigens das gefühl jetzt wo wieder relativ relativ viele leute eingereist sind das eventuell der stadtpark wieder ein bisschen beliebter wird weil ich muss ehrlich zugeben immer wenn ich am stadtpark waren die letzten tagen war da gar nichts los und dafür ist er ehrlicherweise zu schön ja jetzt war ich heute am stadtpark er wurde dann geschossen und es explodiert der los aber auch irgendjemanden gekloppt ist auch so schwierig ja es ist wirklich schwierig vor allem der parkplatz ist wirklich schwierig da wirst du auch gerne mal einfach überfahren und die leute sagen danach haben nichts gesehen warum ist denn helikopter wahrscheinlich das bt ja ach mensch war weiter war bitte weiter war bitte weiter weiter fahren weiter fahren die schießerei ist hinter uns großartig der führte aber hier reingemusst ob er der fein war rum das ganze links wenn ich das im rückspiel richtig gesehen haben die versucht auf den helikopter zu schießen blau also gerade neu gesagt ja so schießt ja doch mit konto wie du bin ich denn keine ahnung wir waren jetzt als in die ball das wird ja gut dass ich keine anhaben und dass ich lisa nicht anhaben wirklich lisa sollte sich niemals in der ball das gut zeigen dass wir was nicht dass wir das mit den zwei garten stehen die maute ja ja mensch monate klasse in der garage steht auch noch ein auto cool mensch gibt drei autos kostenlos dazu wenn wir das restaurieren nicht schlecht und bei der arbeit noch mehr verpasste anrufe wollen ganz ehrlich wir haben die gleichen wagen wegen hintereinander unangenehm dass wir wieder im auto saßen muss sich direkt eine waffe rausholen ist schon okay ja ich habe gerade was geschrieben okay scarlet ist belegt was heute wie denn und hi na was gibt's du hast du angerufen äh ja das hatte ich schon geklärt tatsächlich weil ich auch jemand anderen angerufen hatte ähm ja genau hat sie schon erledigt wie geht's okay ja ganz gut ich bin grad beim frisur gewesen uuuh ich war heute tatsächlich auch im ball frisur sehr schön ja ja welche farbe hast du gemacht ne nicht farbe da hat sich die frisur geändert warte was weißt du ich war ja richtig wild oder oh gott ne das ist mir zu wild ne das ist zu wild okay das ist zu viel veränderung das ist zu viel veränderung du wirst mich ich werde einfach nicht sprechen du wirst mich niemals erkennen ich glaube es ist wirklich so ja ja tatsächlich vor allem die frisur traut man mir glaube ich so gar nicht zu oh man ja aber jetzt rasterlocken nein quatsch macht spaß ich muss leider zugeben ich muss leider zugeben die rasterlocken haben mir gestanden ich gebe es zu echt ja tatsächlich ich habe ein rasterlocken gesicht aber keinen rasterlocken charakter ja ein bisschen ungünstig ja ich habe es gelassen ich gehe ein bisschen in den stadtpark oder so ja genau ne stadtpark ist aktuell schlecht da wurde schon geschossen alles oh ernsthaft ja schießerei schlägerei und ein auto habe ich explodieren sehen ja ja war quasi ein ganzer blockbuster da oh gott aber dir geht es gut ja nein ich kam quasi als es vorbei war alles gut okay sehr gut ja ich äh muss mal gleich gucken ich bin grad aufgewacht irgendwie ist Johnny immer noch am arbeiten na klar aber war ja nicht anders zu erwarten ne ja eigentlich warte mal bitte kurz ja da hast wohl recht ja siehste ja du machst jetzt was mit äh Leonora und Markus oder ne tatsächlich gerade mit äh meinem Mann oh ja irgendwie habe ich damit grad nicht gerechnet dass du recht hast ja Wahnsinn oder ich muss leider zugeben dass ich da in den letzten 10 Tagen halt auch nicht mit gerechnet habe aber ich unternehme ja gut dann lege ich jetzt auf und wünsche euch ganz viel Spaß zu zweit und äh ja danke wir hören uns ja tschaui tschau tschi tschi ja der oh ne ne nicht der oh ne oh ne jo hi Frank hast du meinen Roller gefunden? ne ich muss jetzt tatsächlich leider sagen dein Roller ist Futschi was ist der Futschi? tot tot immer ja den kannst du nicht mehr den kannst du nicht mehr wiederbeleben es tut mir leid den kann ich nicht mehr wiederbeleben ne das ist grad ein Scam das ist wirklich weil du hattest ihn grad getunt ne nein den hatte ich schon länger getunt achso also ich hab hier kosten vor also ich hab hier gezahlt schon und ihr sagt mir jetzt der ist tot ja der ist tot er ist auch ein Ermittlungsergebnis tut mir leid wofür hab ich Geld bezahlt? ja hä? du bezahlst doch hast du überhaupt ermittelt? ja haben wir Frank du korrst aber dass der tot ist? Frank ja wir haben ermittelt du kannst mir Frank du hast uns nicht bezahlt dafür dass wir den Roller wiederfinden du hast uns bezahlt um zu sagen wo der Roller ist und er ist tot und er ist tot? ja ihm wurde die Kille durchgeschnitten tut mir leid alles klar ja es gibt eine Schlechtbewertung blöder Sack ne wer hat mich jetzt wieder an während ich telefoniert habe jetzt drückt er mich weg hab dich wieder jemand anderes angebogen wirklich werft dieses Ding immer weg ich weiß nicht wie du das machst mit dich was genau den ganzen Tag telefonieren ey jetzt werde ich von allen weggedrückt so wer ist das? jo hi Jacks hier von Diablo ei hier ist äh Harriet er hat es angerufen gerade ähm ah dann war das die falsche Leitstilnummer sorry ja alles gut ja genau ich hatte bei euch vorhin angerufen und da habe ich einen Torwartschirm aufbauen lassen jo okay alles klar ciao ciao gut mal einen Leitschein Rückruf klasse hab ich das glaube ich gar nicht erzählt oder? dass ich mich wann war das? gestern? vorgestern glaube ich ich glaube vorgestern unglaublich gefreut habe dass ich endlich wirklich endlich muss man kurz die Nummer einspeichern die Apple Customs ja Jacks jetzt habe ich deine Nummer glauben ähm vorgestern vorgestern mega gefreut hatte du bist am arbeiten ne? mh ich höre dazu vorgestern mega gefreut hatte weil ich nochmal extra zum Galaxy latschen musste mein Motorrad holen und dann mich richtig gefreut hatte dass ich endlich wieder ein Fahrbahnuntersatz selber habe ja? und nicht ständig gefahren werden muss fahren wir den Motorrad los ja? fahren die Stadt rein zack Unfall es war wieder kaputt wirklich hätte weinen können naja jetzt das habe ich gestern verplant dir das reparieren zu lassen die waren vier stunden da bei Diablo Customs aber ich habe es einfach verplant weil wir wirklich durchgearbeitet haben das war echt anstrengend gestern naja jetzt habe ich es endlich reparieren lassen das funktioniert wieder das hatte ich doch sehr gut mhm da war Thomas übrigens sehr sehr süß er hat dann amt gerufen weil ich mir ein bisschen den Kopf angehauen hatte wieder ich hatte einen Helm auf äh da kam Thomas vorbei und Thomas war sehr sehr süß Thomas ist dann wieder in seinen RTW eingestiegen und meinte also erstens meinte er zu mir Harriet wenn du mich sehen möchtest ja? dann musst du dir nicht immer was tun kannst du auch so anrufen ich meinte ja das nächste mal Thomas kein Problem dann ist er in seinen RTW eingestiegen und meinte wundere dich nicht ich räche mich jetzt für dich an dem Schild ja? und dann ist das Schild einfach umgefahren das ist dann wieder abgedämmt ja war süß da tippt eine Anzeige kehle durch mit Machete habt ihr übrigens gemerkt wie hier einfach ein Auto vorbeigefahren ist von den Neuen und Dom erst mal die Knarre zieht und meint Harriet geh rein der Mann ist paranoid Lass dich nicht stellen hm 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 okay Ciao, Marc. Vielen Dank für deinen Rate. Dankeschön. Hallo, Itchi. Immer noch froh Ostern. Wenn Ostern ist, sagst du wieder Weihnachten, oder? Weil ich erinnere mich, dass du sonst immer Weihnachten gesagt hast. Tatsächlich. Pack yeah. Immer wenn er das Fern offen hat, habe ich gerade keinen Hunger. Weil ich da mal so richtig geile Muffins wieder kaufen. Club Love. Süß. Süß. Komm, wir folgen Jonathan Lazer mal. Jetzt wissen wir ja endlich ingame, wie er heißt. Großartig. Nach Ostern kommt Thanksgiving. Okay, ja. Er gibt's ihn. Kann ich zu 100% nachvollziehen, Itchi. Nee, wirklich. Gar nicht, muss man da anrufen. War besetzt. Da, 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 da. Da, da, da. Und da, da, da. Und da, da. Vielen Dank.